so leute heute gibt es dann wieder deutscher Böller vs. Polen Böller für euch wir haben einen dynamite D Böller von pyroart den machen wir zuerst auf dem schönen Podest oh der war schon gut so dann machen wir mal diesen kleinen fuck da ist mein Feuer runter gefangen ich hasse sowas so jetzt kommt dieser hässige kleine Polen Böller ähm ich glaube der Gewinner steht eindeutig fest hat auch eine schöne Rauchschwunde lassen aber der dynamite D hat wirklich richtig gut mitgehalten so dann bis zum nächsten mal Leute